Danke dir. Herzlich willkommen mal wieder zur Customer Service Week und danke Rainer, dass du mir die Gelegenheit gibst, mal wieder was zu erzählen. Heute über wie Personalisierung mit KI die bessere Automatisierung ist. Das ist ein etwas klunkiger Titel, aber das wird sich alles in der Präsentation zeigen. Und der Fokus ist wirklich jetzt konkret machen. Was können wir denn heute schon so alles umsetzen, um besser zu personalisieren im Contact Center? Ganz kurz mich vorstellen. Ich bin von der Future Lab einer der Gründer seit 20 Jahren unterwegs und wir haben schöne Sachen gemacht für einige tolle Firmen im Laufe der Jahre. Und ich erzähle auch immer dazu, da ich seit 20 Jahren unterwegs bin, habe ich mir auch oft genug den Kopf gestoßen und ich erzähle auch viele Storys von Kunden. Genauso Worst Practices, wo es vielleicht auch mal schiefgegangen ist, wie Best Practices. Also warum sind wir hier heute? Warum sind wir alle überhaupt in dem Job, in dem wir sind? Weil wir wissen, dass Customer Experience, die Kundenerfahrung, super wichtig ist. Das ist das wichtigste Markenunterscheidungsmerkmal inzwischen und ich habe endlose Zahlen und Sie wahrscheinlich auch alle, die beweisen, dass gut für Kunden sein ist gut für die Firma, weil Kunden loyaler und gewinnbringender sind. Aber, und ich weiß, es ist schon Mitte Juni, also um noch von Neujahrsvorsitzenden zu reden, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde es an sich ein perfektes Beispiel von der Problematik, mit dem wir alle leben. Wir nehmen uns tolle Sachen vor, zu Neujahr. Ich zum Beispiel, dass ich weniger mit dem Telefon in der Hand sitzen würde und mehr Bücher lesen und früher ins Bett. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber nichts davon. Und genauso ist es eigentlich immer wieder bei den Firmen, wo wir tolle Statements in den Jahresberichten sehen oder in den Neujahrsankündigungen, dass wir ab jetzt alles auf Kunde, alles auf CX, alles auf kundenorientierte Strategie, aber in der Praxis sieht es leider etwas anders aus. Das hier ist zwar eine Datensituation aus 2019, aber wir sehen jedes Jahr das Gleiche, dass wenn wir fragen, wo wollt ihr nächstes Jahr investieren, ist Kundenzufriedenheit immer die Nummer eins. Und natürlich müssen wir auch an Effizienz arbeiten und an Mitarbeiterzufriedenheit und an mehr Verkauf, aber das kommt alles immer viel später. Wenn wir dann fragen, wie habt ihr letztes Jahr investiert, ist die Antwort auch immer das Gleiche, eigentlich Effizienz, Prozesse, Kostenreduzierung. Jedes Jahr das Gleiche. Und deswegen sehen wir, dass in der Praxis die Kunden immer unzufriedener werden. Und da gibt es natürlich eine Menge, verschiedene Gründe, dass die Erwartungen höher werden, aber auch ganz einfach, dass Firmen weniger Mitarbeiter haben, dass sie weniger gut imstande sind, einen guten Service zu liefern. Aber die Basisschlussfolgerung ist, unsere Kunden werden immer unzufriedener. Und was natürlich auch noch mitspielt, die Mitarbeiter werden immer unzufriedener. Es wird ehrlich gesagt als ein Job gesehen und wir kennen alle das Problem, dass unsere Agenten abwandern, weil der Job keinen Spaß macht, weil der Job zu stressig ist, weil er nicht gut bezahlt wird. Viele Gründe. Wie lösen wir das? Ja, es wird Sie nicht wundern, für mich ist Personalisierung im Ende das Zauberwort. Und von da aus kommen wir dann auf die KI auch. Einerseits, Personalisierung ist die Art, mehr Geld zu verdienen. Ganz einfach. Die Firmen, die Personalisierung oder vor allem Hyperpersonalisierung, also wirklich auf das Individuum eingehen, die das gemacht haben, führt es zu einem messbaren Anstieg des Umsatzes oder der Ergebnisse. Und wir sehen es auch aus den Kundenzahlen, Kundenbefragungen. Die Kunden sagen, mich verstehen und darauf personalisieren, finde ich das Allerwichtigste, aber ihr seid richtig schlecht darin. Links oben sehen wir, dass da wirklich ein Riesenloch gafft, zwischen was Kunden wichtig finden und wie sie es erfahren. Und ganz wichtig dabei ist, dass viele Verbraucher der Meinung sind, dass Unternehmen die Daten, die sie haben oder die sie haben könnten, bitteschön auch einsetzen sollen. Und ja, ich weiß, bei den meisten von Ihnen geht gleich im Kopf, oh ja, aber das sind weltweite Zahlen. Die Deutschen denken ja anders. Die Deutschen werden bestimmt etwas weniger enthusiastisch sein, aber nicht bis zum Punkt, dass wir uns da nicht drum kümmern sollen. Also wir gehen davon aus, ich habe da in der Vergangenheit gewisse Zahlen gesehen, die nicht belastbar genug sind, um sie hier zu zeigen, aber ich gehe davon aus, dass es in Deutschland etwa 40 bis 50 Prozent der Verbraucher ist, die sagt, hört zu, ihr habt Daten von mir. Geht gar nicht mal darum, will ich noch mehr Daten geben, aber bitteschön, die Daten, die ihr schon von mir habt, benutzt die doch bitte, um zu personalisieren. Weil die Verbraucher sind ja nicht doof. Sie wissen ja, was wir von ihnen haben. Sie sehen ja, dass eine Amazon schon zum Beispiel uns sogenannte personalisierte Anzeigen schickt. Kann man darüber streiten, ob die wirklich personalisiert sind. Aber die Verbraucher haben eine Erwartung inzwischen, ihr habt die Daten, benutzt sie. Und das hier ist eine Folie, die ich von Genesis, ich nehme mal an allen Teilnehmern sehr bekannt, geborgt habe. Was Kunden wollen, ist Empathie. Sie wollen, dass wir wissen, wer sie sind, dass wir wissen, wie sie sich fühlen und wir sie darauf oder passend dazu behandeln, dass wir wissen, was sie brauchen, dass wir wissen, wie sie zu dem Punkt gekommen sind. Sie rufen an oder sie kommen in den Chat. Wir müssten eigentlich wissen, warum sie da reinkommen. Wir müssten wissen, was ihnen widerfahren ist. Und wenn wir es nicht wissen und wir fragen sie, dann bitte nur einmal fragen und nicht deren Zeit vertun. Und vor allem macht mich zufrieden, macht mich glücklich. Weil wenn wir Kundinnen verstehen und auf die persönlichen Bedürfnisse eingehen, machen wir sie zufriedener, loyaler und gewinnbringender. Und das ist die Mantra am Ende. Dass wir dabei, wenn wir es richtig machen, auch noch eine Menge Geld sogar einsparen können, das muss gar nicht was kosten. Im Gegenteil, nehme ich als extra Gewinn mit. Der Kern ist, wir können mehr Geld verdienen mit zufriedenen Kunden. Und einfach mal ganz konkret, praktisch, ich sitze heute in einem Besprechungsraum bei einem großen deutschen Autofirma, wo wir genau über dieses Thema reden. Wie können wir zum Beispiel den Autokauf personalisieren? Indem wir persistente Profile aufbauen, indem wir Profile aufbauen, wo wir festlegen, mit wem haben wir es hier zu tun als Mensch? Ist das ein Mann oder eine Frau? Ist das ein nervöser Käufer oder ein selbstbewusster? Jemand, der eher emotional oder rational Entscheidungen trifft? Hat die Dame schon zehn Autos gekauft und weiß genau, wie es funktioniert? Oder ist es ein junger Neukäufer? Cabrio oder Coupé, Neuwagen oder Gebrauchtwagen? Bestandskunde, jemand, der zum ersten Mal bei uns ist oder jemand, der schon auch wieder zehn Autos bei uns gekauft hat und genau weiß, wie die verschiedenen Optionen funktionieren usw. und natürlich regionale Unterschiede. Hier reden wir zwar eher über, was macht den Unterschied zwischen Deutschland und Brasilien oder Italien, aber schon allein in Deutschland der regionale Unterschied zwischen Bayern und Schleswig-Holstein oder Hamburg ist ja unglaublich. Und darum geht es im Endeffekt. Verstehen, wer, was ist dieser Mensch, den ich vor mir habe? Was bewegt diesen Menschen? Und was kann ich machen, um darauf einzusteigen? Und ganz konkret haben wir das zum Beispiel schon mal, das ist jetzt, vor ein paar Jahren haben wir das für Volkswagen mal umgesetzt, in einem anderen Land als Deutschland, wo wir gesagt haben, okay, wir stellen einfach mal drei Fragen. Das geht im Kontaktcenter oder das geht, wenn jemand zur Tür reinkommt im Autohaus. Und anhand dieser drei Fragen, die eigentlich im Kern, wie wir sie genau stellen, ist unterschiedlich, je nach Kanal, aber es kommt im Ende darauf raus, bist du eher emotional oder rational, liebst du Technologie und Gadgets oder nicht und bist du ein Bastler oder sagst du, nee, überlass das dem Mechaniker. Und daraus kommt ein Verständnis, was relevant ist für diesen Menschen in diesem Moment, in diesem Serviceumfeld. Und zum Beispiel, hier, wenn wir die Geschäftsfrau haben, die genau weiß, was sie will, Auto mit allem drauf und dran, in rot und 7% das Konto und ich unterschreibe, dann lassen wir Oleg das machen, der genau weiß, wie er diesen Prozess in drei Minuten abschließen kann. Wenn es aber der junge Mann ist, der emotional involviert ist und super engagiert mit seinem Auto und jeden Sonntag wäscht und dran rumbastelt, dann lassen wir ihn mit Piotta reden und die nehmen sich eine Stunde, um wirklich sich auszutauschen und emotional und engagiert über Autos zu reden. Und dieses Prinzip, der Match zum passenden Verkäufer, wo wir nicht nur auf die Persönlichkeit des potenziellen Käufers schauen, sondern auch auf die Persönlichkeit des Verkäufers oder des Agenten, ist natürlich ein super Beispiel. Und ehrlich gesagt, wir haben in dem Probelauf, in dem osteuropäischen Land, ihr habt es schon an den Namen gehört, haben wir mehr als 20% höhere Verkaufszahlen erreicht, weil es für die Menschen, für die Kunden und Kundinnen fantastisch ist, wenn jemand sie auf ihrem emotionalen Niveau anspricht. Das können wir mit Agenten machen, das können wir mit Verkäufern auf der Verkaufsfläche machen. Wir können den Bots, die wir einsetzen, die richtige Tonalität mitgeben. Wir können ein passendes Angebot und fokussierten Content und so weiter. Hier war es noch ein Testlauf mit ganz konkreten Fragen von Menschen zu Menschen. Aber der Witz ist natürlich, dass wir das, wenn wir hier weiterbauen und es jetzt wirklich mit KI machen können. Denn zum Beispiel, die KI kann dann anfangen, im Konfigurator zum Beispiel das eine Auto für sie anzubieten. Volkswagen ist super stolz darauf, dass sie den besten Konfigurator der Branche haben, wo man sechs Millionen verschiedene Varianten kriegen kann. Aber für manche Menschen ist das beängstigend oder blockiert sie. Und die wollen lieber, hey, sag mir doch einfach, was ist das eine Auto, was passt für mich? Und da kann die KI wunderbar eine Konversation führen, wo man fragt, okay, erzähl doch mal ein bisschen, wofür brauchst du das Auto? Also erzähl mir mal von einem typischen Tag. Und da kann die KI rauskommen, du, mit dem, was du mir so erzählst, ist ein Passat das passende Auto, weil das hat die richtigen Maße, damit du Kinder und Hunde rumbringen kannst, ist aber auch repräsentativ genug und so weiter. Denn, das muss ich immer wieder mitgeben, Personalisierung ist nicht, Menschen unendliche Auswahl zu geben. Ich habe hier ein Beispiel, Sephora Shop auf der Champs Elysees in Paris. Da wollen sie richtig angeben, was sie haben und haben sieben oder sogar elftausend verschiedene Lippenstifte im Angebot. Das ist für die meisten Menschen ein Albtraum. Sag mir, welche Farben zu mir passen. Also auch da zum Beispiel, mach einen Spiegel, wo ein System, KI dich anschaut und sagt, zu deiner Hautfarbe und deinem persönlichen Stil passt dieser eine Lippenstift. Und viele, die meisten der Kunden werden dafür sehr dankbar sein. Also der Witz, ich habe es schon mal genannt, ist hier ein persistentes Kundenprofil entwickeln. Also persistent im Sinne, dass wir vom ersten Touchpoint mit dem Kunden bis zum Ende des Lebenszyklus ein Profil haben, wo wir immer wieder Daten sammeln und immer wieder eigentlich darauf einzahlen, damit wir Kunden besser verstehen und besser personalisieren können. Und viele dieser Daten können wir inzwischen mit KI sammeln. Ich habe jetzt mal mich selber genommen als Beispiel, mich als Weinliebhaber und die verschiedenen Daten, die man über mich sammeln kann. Also auf der einen Seite natürlich das Bestellsystem, das erzählt ganz praktisch, wo ich lebe, was ich typischerweise bestelle, wie oft und so weiter. Über eine Kundenbefragung kann ich da hinzufügen, was meine letzten Zufriedenheitsergebnisse waren, welche Themen da mitgespielt haben, warum ich nicht zufrieden war oder warum ich sehr zufrieden war. Vielleicht auch meine Einkommendaten und so weiter. Aber jetzt kommt natürlich das Interessante dazu, dass ich immer mehr auch Analysen aus dem Contact Center zum Beispiel damit reinbringen kann. Wie ich angerufen habe, was meine Tonalität war, was meine Emotionen waren, als ich angerufen habe. Und Textanalyse von E-Mails oder was auch immer, die ich geschickt habe. Und mit der KI kann ich hier ein immer besseres Bild schaffen von diesen Menschen, sodass ich weiß, sodass das System weiß, sodass die Mitarbeiter, wenn ich mal anrufe, wissen, okay, der Kolle, der ist 55 bis 60, muss ich leider sagen, etwas ungeduldiger Typ, rotes Personal, Personenprofil, hat aber auch Humor, kann etwas irritiert agieren, aber mit einem guten Witz holen wir ihn auch wieder runter auf die Erde. das ist alles unglaublich interessante Information für einen gut ausgebildeten Callcenter-Agenten, eine Agentin, die den Freiraum hat, da auf die Persönlichkeit einzugehen. Jetzt mal etwas tiefer eintauchen, spezifisch in das Thema KI. Im Endeffekt geht es darum, dass wir die KI einsetzen, um die Daten zu sammeln und Schlüsse daraus zu ziehen. Aber dass wir Schlüsse daraus ziehen, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Dass wir die KI einsetzen, um die Daten zu sammeln, ist schon etwas anders. Ich spiele das nur mal ganz kurz an. Wer interessiert ist, bitte meldet euch. Ich habe eine Menge anderer dieser Demo-Situationen, wo wir zum Beispiel die Anfrage zur Probefahrt, das, was ich eben gerade gezeigt habe aus unserem osteuropäischen Probeland, dass wir das mal umgesetzt haben in eine KI-Konversation. Hallo, willkommen zu der Dealship. Ich bin eager zu helfen in Ihre car-buying journey. Let's begin mit ein paar Fragen zu verstehen Ihre preferences. Hey, da. First off, wenn es zu Kars, do Sie oft handle measurements oder improvements selbst, oder du lean mehr zur technischen Expertise? Oh, ich liebe meine Hände Dirty. Ich always handle measurements und improvements myself. Awesome. And technology-wise, are you someone who's always looking out for the latest gadgets and features? Absolutely. I'm all about the tech. Great to know. Finally, when making a choice for a car, do you lean more towards logical considerations or is it equally about how the car makes you feel? It's a bit of both really, but the wow factor is crucial for me. Ich belasse es hier jetzt mal kurz bei, aber Sie sehen, da kommt eine natürliche Konversation und am Ende können wir diesen enthusiastischen Kunden in ein höheres Segment verleiten zur Probefahrt, während wir, wenn wir herausfinden, dass es jemand, der eher bescheiden ist und nicht Technologie interessiert, dann versuchen wir das gar nicht mal, weil wir diesen Potentialkunden sonst verlieren würden. Hi there. Und das ist der Witz, wo wir sagen, okay, wenn wir anhand dieser Themen automatische Erkennung der Kunden machen können, können wir damit auch ein Match zu der besten Agentin machen. Wir können live analysieren, was für eine Persönlichkeit wir hier haben, was die Bedürfnisse sind, welches Sentiment, was auch wieder entweder ein KI-getriebenes Conversational System unterstützt, besser auf den Kunden einzugehen oder wiederum einen Agenten. Wir können Fragen stellen, Daten sammeln für das Profil. Wir können mithören und Next Best Action vorschlagen. Wir können auch sehr interessant, wenn ein Kunde anruft mit einer Beschwerde, kann schon gleich eine passende Kompensation identifiziert werden und angeboten werden, auch innerhalb dieses Gesprächs. Ganz wichtig für mich ist immer dabei auch zu betonen, dass es auch hilft, um die Agenten glücklich zu machen. Für Agenten ist es auch fürchterlich unangenehm, wenn die Persönlichkeit nicht matcht oder wenn die Kompetenz nicht matcht. Gut, kompetenzbasiertes Routing haben alle Plattformen schon lange. Aber jetzt auch ein persönlichkeitsbasiertes Routing mit einzubauen, das ist natürlich ein unglaublicher neuer Schritt. und stellen sich mal vor, wie viel mehr Energie eine Agentin am Ende des Tages hat, wenn sie den ganzen Tag nur gesprochen hat mit Leuten. Und genauso, wenn wir merken im Gespräch, Agentin wird müde, bessere Abwechslung generieren, indem wir im richtigen Moment eine andere Aufgabe geben. Es kann auch helfen in der Ausbildung, weil wir bessere Antworten haben, aber vor allem auch, weil wir unsere ganze Ausbildung individualisieren können, weil wir Szenarien entwickeln können mit Deepfake-Kunden. Wir können Testgespräche führen lassen von Agentinnen mit der GPT, ohne dass wir tatsächlich da Kunden belästigen zu brauchen. Und ganz wichtig, die Agenten werden auch die GPT ausbilden. Wenn die GPT im Chat ein Gespräch geführt hat, wo sie nicht ganz sicher ist, habe ich jetzt die Emotionen dieses Menschen richtig verstanden, kann sie zum Beispiel Agenten fragen. Also Mensch und Maschine Hand in Hand, da komme ich nachher noch mal drauf zurück. Und für mich ein ganz wichtiges Thema, wenn wir reden über warum bringen wir überhaupt Automatisierung und KI rein in die Story, ich nenne es künstliche Dummheit, damit wir die Sachen, wo der Mensch eigentlich keinen extra Wert hat und im Gegenteil es den Menschen oft Mühe und Irritation besorgt, dass wir die wegnehmen können. Dass wir sagen können, weißt du was, die ganze Nachbearbeitung überlassen wir der KI. Ich rede gerne über Autohäuser, wie ihr merkt, im typischen Autohaus ist im Augenblick so, dass für eine Viertelstunde Kundengespräch eine Dreiviertelstunde Nachbearbeitung stattfindet. lasst uns das umdrehen, damit Verkäufer oder Agenten oder wer auch immer sich auf den Menschen konzentrieren kann und die Erfassung der Daten der KI überlassen werden kann. Und so kommen wir auf eine Menge Themen, wo wir wirklich personalisieren können, indem wir den richtigen Match zum Agenten herstellen, die Begrüßung, die Wortwahl. Auch hier wieder, wenn wir wissen, das ist einer der Kolle, der redet gern mit großen Worten, dann werden wir ihm jetzt mal nicht die allereinfachste Formel vorlegen, sonst fühlt er sich da vielleicht beleidigt. Aber viel wichtiger noch der Tonfall. Wir können zum Beispiel auch, wir können den Agenten, aber auch den Voice-Bots einen anderen Tonfall mitgeben, etwas informeller für junge Kunden, etwas humorvoll, wenn wir wissen, dass das zu diesem Kunden passt, oder eben im Gegenteil sehr formell und hierarchisch, wenn es Kunden betrifft, die das wichtig finden. Die Next Best Action, die wir vorschlagen. Der Weg zum Ergebnis, wir haben das bei Mercedes mal probiert, lass doch einfach mal Kunden fragen, wenn sie anrufen mit einer Beschwerde, wollen sie schnell oder gründlich? Und zu großen Überraschungen des Teams war es etwa 50-50 der Kunden. Also lass uns doch mal am Anfang fragen, wenn der Kunde anruft, wollen sie schnell, wollen sie gründlich? Und manche der Kunden werden, die Hälfte wird sagen, ich habe überhaupt keine Lust auf diesen Prozess, schick mir einen Gutschein für eine Autowäsche und das Ganze hat sich. Und wir sind in zwei Minuten durch. Und dann haben wir viel mehr Zeit für die anderen. Also alles automatisieren von Dingen, die für den Kunden nicht so wichtig sind und andersrum über die KI Informationen sammeln, die hilft, um den menschlichen Kontakt besser zu machen. Und es gibt einen perfekten Case da von Booking.com, da habe ich leider kein Kunde von mir, aber ich habe da vor ein paar Wochen ein schönes Interview gesehen mit einem der Senior Customer Service Representatives, der hat erzählt, hör zu, wir haben inzwischen zwölf Bots hier, die mich unterstützen. Und die meisten der Kundenanfragen werden von diesen Bots perfekt gelöst und auch besser als ich das könnte. Also zum Beispiel, ich habe selber vor ein paar Wochen gehabt, meine Frau hatte sich, oder ich hatte für meine Frau ein Zimmer in Lissabon gebucht und im letzten Moment stellt sich heraus, dass das Hotel einen ganzen Flügel nicht nutzen kann und wir sind überbucht. Kommt ein Bot auf mich zu, sagt, wir sind überbucht, aber wir haben gleich ein anderes Hotel gefunden, schauen Sie sich bitte das mal an und wenn es okay ist, einfach hier klicken und dann sind sie da gebucht. Zack, zack, Ganze hat 30 Sekunden gedauert, brauchte keinen Menschen. Aber wenn etwas nicht vom Bot gelöst werden kann, dann geht es zu dem Agenten und der sagt, hey, wo ich früher 30 Anrufe in der Stunde so ungefähr durchging, ist es jetzt vielleicht zwei und es macht viel mehr Spaß, weil wenn ich eingeschaltet werde, brauche ich nicht irgendwas Doofes umzubuchen, sondern es geht wirklich um ein menschliches Problem, wo ich als Mensch den Unterschied machen kann. Und es kümmert auch niemanden mehr, was die Average Handling Time ist, wenn es eine halbe Stunde ist, wenn es eine Stunde ist, whatever it takes. Und das ist für die Kunden super, das ist für die Agenten super und eben auch für die Firma super, weil mit den gleichen Kosten eine viel bessere Kundenerfahrung geschaffen wird und die Kunden da auch begeistert rauskommen. Als letztes will ich noch kurz ansprechen, Feedback Management. Wir kämpfen ja alle damit, okay, Kunde hat Interaktion abgeschlossen, können wir jetzt bitte auch noch ihr Feedback holen. Und bei vielen Firmen ist das immer noch, wir schicken eine SMS und dann geben sie eine 1 bis 5 oder was auch immer, während wir jetzt natürlich KI-getrieben wirkliche Gespräche führen können. Und in diesem Gespräch, wie würdest du uns empfehlen, wie zufrieden warst du, kannst du über eine Konversation natürlich ganz anders mit dem Kunden zu einer Lösung kommen und wir können der Chat-GPT auch schon Lösungsmöglichkeiten mitgeben, die sie einsetzen kann, um die Kunden gleich zufrieden zu machen. Und das bringt mich auf den letzten Punkt, etwas, was denke ich, die meisten Contact-Center noch überhaupt nicht auf dem Radar haben. Es kommt bald der persönliche KI-Assistent. und Bart ist zum Beispiel da draußen, Volkswagen bringt das jetzt in seine ersten Autos. Der Punkt da ist, dass bald ein Agent, sorry, mein Assistent für mich Kontakt aufnehmen wird mit dem Contact-Center. Und wir haben uns da mal einen kleinen Spaß erlaubt und wir haben für die Weinsituation, wo ich mich selber vorhin beschrieben habe, haben wir mal meinen Bot mit dem Bot der Weinfirma reden lassen über meine Erfahrung. Could we ask you a few questions about your recent service experience? Sure, go ahead. Great. To begin with, how easy was it to buy the wine you wanted? The buying process was not the issue. It was the overall experience that has upset me. I see, would you recommend wine shop? No, I would not. The experience was absolutely horrible. I will not buy from you again. Oh, dear, please tell me what happened. Great customers like you should not be unhappy. The wine was corked, the whole box, and when I took it back, the clerk argued with me. We are extremely sorry. Something like this should never happen under any circumstances. I hope the wine being corked did not ruin an event for you. It did ruin my dinner party and the argument made it worse. This is not good at all. We've spoken to the staff at the store and we really want to make it up to you. We noticed you enjoyed Fratelli Ravello in the past. We have an exclusive meet and greet with the winemaker next month. Can we invite you well okay I'll come for that but I'm still upset. Wie gesagt wir haben uns hier einen kleinen Spaß erlaubt aber ab nächstes Jahr werdet ihr langsam immer mehr Assistenten kriegen weil Leute keine Lust mehr haben selber anzurufen und zu sagen du lieber Assistent Bart oder wer auch immer ruf doch mal an und beschwer dich für mich also denkt mal drüber nach ob ihr dazu bereit seid das ganze thema was ihr immer wieder seht was für uns am aller wichtigsten ist mensch und maschine hand in hand tanzen in tango es geht darum dass die maschine nicht den menschen ersetzen soll sondern den menschen helfen soll empathischer mit kunden umzugehen und wenn ihr da noch mehr drüber hören wollt dann schickt mir auf linkedin und dann können wir mal weitere demos euch zeigen weil wir haben natürlich eine menge mehr als was ich hier in dieser kurzen zeit zeigen konnte heiner